Du bist nicht mehr zu retten, mein Freund. Oh mein Gott, wie schlecht ich grad bin. Ja, genau! Toll! Folacias. Folacias? Stirb an meinem Spray! Weißt du, in CS bin ich nicht schlecht. Das hat Zukunft. Und am Donnerstag geht's... Nee, am Mittwoch geht's los. Mittwocha! Is alive! Ululu! Wololo! Lolo! Und alle gucken's. Und der muss nicht gucken den hackige PC und mach's auf. Kablamo! Destruction! Weißt du vor, du hast es noch... Du hast es schön bei deiner Arbeit. Du kannst es einfach nebenbei gucken. Ja, genau! Spaß! Wann ist das finale Sonntag? Ja, das finale Sonntagabend klappt's wieder um... Ich hab am Freitag sogar den Nachmittag frei, aber nicht deswegen. Noch wie? What? Du? Wie zum Chef sag's. Ich will frei. Wieso ESL? Ja, mein Gott, ich nehme auch wegen der Gamescom frei. Das nehmen wir mal so. Und du auch. Oh! Wallbang-Hat-Shot! Wieder mal Trostles. Was interessant ist, da ja dieses Jahr die Gamescom zu spät ist. Ich muss mal gucken, wenn ESL1 ist dieses Jahr. Weil das war ja auch um diese Zeit. So 18. ESL1 und jetzt ist ESL2 oder was? Nein, jetzt ist ESL Dreamhack. ESL1 war das, was in Köln war. Was mit mir über dem... Das heißt ESL1. Es gibt... Es gibt Streamhack. Es gibt... Katovica. Es gibt... ES... ESL1. Also eigentlich heißt es alles ESL1. Also das ESL-Shot. Und dann gibt's noch mal eins. independent Robbleknife-Kill. Mmmmmmmmm! Look at this. Eheh heh heh... Soll' fucking... Dings halt, wie der Orper? Kennt' man ja. Den hätt' ich auch vielleicht mit einem Knife bekommen. Naja auf jeden Fall ist es jetzt noch das letzte dieses Jahr. Das Spiel gabs in Schweden, soviel ich weiß. Alda isch der ein fucking Idiot, der Typ da oben. Kriegt' den einen doch da! Rage-Optik hat auch einen Knife-Kill gemacht. nicht er ist die größten im deathmatch das war ich noch ein pass auf ohne 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 er hat eine necke von der hat oder zu einem geschenk lassen Prozent vorerst aus der das das beste Mittel gegen eine necke fest weiß nicht was sagst mir Kopfschuss in den Berater hier oder angehen ja gut weil das gab bei der AWP zum Beispiel nicht unbedingt ein Headshot das ist einfach nur Gegner treffen ja auch klar das ist aber sonst ist eigentlich immer der Headshot so auch mit der Ops jetzt schon gut weil wenn du den Kopf triffst und dahinter gleich eine Städte muss ein Double Headshot und dann muss gleich ein Double Kill was mit der Ops nicht mal so unwahrscheinlich zu kriegen du musst einfach das Glück haben dass die hintereinander stehen Dead Who Dead Who zu tun da die nicht sterben ich habe sechs Leute hintereinander getötet mein Stück soll aus dem Double Dose rausgekommen aber das war 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 das ja mit einem Magazin ja Schwach ich gehe bald wieder rank ab also die Sons kurzen Reiter ja ja ich bin Gott level 8 geworden ach deswegen die Auge Sturm genau Sturm aber ich habe einen cooleren AOG-Skin Kameleon bitte Mirage oh ich muss auch abstimmen BITTE KAMM SCHEIN wir können es schaffen jetzt guck mir noch was es wird dann geben in Rankspringen ZWD DAS 2 du kennst das System hier hinter oder? na schon siehst du wenn gerade eben DAS 2 lief dann DAS 2 wenn gerade eben nicht DAS 2 lief dann DAS 2 nicht mehr Prozent so ich gehe jetzt wieder FMA suchten schön stream noch Tschüüü Rosa bei die hier ist der Verbor sie ist so ein Teil der Alchemist auch so nur weil ich auch so auch vorlesen lassen zu sein spielen und hier einst du jetzt ja sie ist so einfach raus spinnst du bei der frühe ja das machen nach und dort machen und das muss man auch was umstellen spieleinstellungen wo ist dort ist scheiß ich habe nämlich nie meine meine toste umbewohnt von von den boys ich kann euch sehen durch den kamera lasst mich dumm sein ich kann den zuschauer sehen durch den kamera die können mich auch sehen deswegen sehe ich die auch also geht immer in beide richtungen wenn du einen siehst sieht der auch dich wenn du den siehst dann und der dich dann siehst du auch den verstehst du was ich meine das macht sinn warum lässt du mich eigentlich nicht ein jetzt warte kurz ich bin noch in den einstellungen gib mir drei sekunden noch hei übrigens ein geiler family ich kann auch die seh'n deswegen hab ich geh ok genug davon enough of this shit ok Silvan geht offline ok what's going on here wo lo lo blogselmann wartet auf schöner wettel ja ich war das schönes Wetter Jörg 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 der Flo Städte viel in der Pro 3 MW den vor Jo Liedtel Pieser Schee Hilder Vorlass was geht mit dir denn so ab hast du irgendwas genommen so war langweilt mich ja Lade lernt mich nicht ein jetzt spiel ich doch gleich alleine Oh er hat mich eingeladen du bist aber sehr freundlich zu mir ja ja und ich bin ein bisschen schlaftrunken nicht dass ich zu wenig Schlaf hätte aber ich bin einfach müde grad Hih man spielt keine müde Ranks dann gönn dir den Allergy den Grund auf mit dir da jetzt los mach schon du willst eh zocken egal ob ich fit bin oder nicht das interessiert dich doch nicht Nein ich schieb's einfach auf Dechmarme verdient ok mach Musik an nein die Musik bleibt jetzt erst recht aus jetzt erst recht weil jetzt fangen die Ranks an und somit will ich gar keine Musik bist du ready? ja überhaupt lag das Spiel wenn ich Musik im Hintergrund anmache das klingt jetzt arg blöd aber es ist musst du nicht auf die Toilette bist du ready? ja ich fühl mich geistig nicht in der Lage los geht's wieso bist du eigentlich die Farbe blau? hm 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 ja hm das ist ja lecker das ist überhaupt zu suchen so du statt und sogar noch zu suchen wenn gibt schon seit Jahren diesen Bock gut ist ja nicht gerade von groß wichtiger Bedeutung ne ne sagt es doch die Form Belchemo jetzt er oft ja kein Mädchen sowas tritt und tritt und tritt und so und Spaß so nix passiert we 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 dass du hier in der lobby sind und dann zeigt er war eine Warte Zeit und die Städte Mord an wenn sie erreicht ist und ich steigte es unendliche das hatten wir auch schon voll oft das Tor Ja, wenn dann irgendwann... Ach komm, du findest jetzt kein DOS-2-Spieles mehr forschen. Sag ich ja. Da. Oh, warte, warte. Was? Ist denn los? Die zocken jetzt alle, weil ESL ist und die Servers sind hart überlastet. Kein Rank für uns, Servan. Ich bin jetzt dieses verfickte Rank. Jetzt könnte es was werden. 32 Sekunden für DOS-2. Ja. 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 Ich stehe immer noch verbinden mit Match-Making-Servern. Just do it. Do it. Ne, ne, okay. Ja, alles klar. Okay. Shift-Tab aufmachen. Äh, Web-Browser. Jetzt geh mit Google, bis es soweit ist. Echt? Jetzt? Das konnte 10 Minuten dauern, oder? Was soll ich meinen Zuschauern sagen? Scheiß drauf, Fido, give a shit. Ich geh jetzt hier nebenher irgendwas machen in meinem Browser. Fab mir mal einen. Das geht ja gar nicht. Ja, okay. Was mach ich jetzt? Schau mal auf Golem und auf Reddit und ich weiß nicht. Was mach ich jetzt? Mach irgendwas Witziges. Linus gave us this glorious image. Alles klar, was gibt's da cooles? The lower the frame rate, the more cinematic it gets. Typisch PC Master Race mal wieder. Squad Wipe in Battlefield 4 zu sehen. Das ist klar. Jetzt komm endlich. Wat? Lill. Oh. Oh, nee, man. Fuß. Oh mein Gott. Du kannst noch so lange singen. Ja, okay, es geht jetzt eh los. Sorry, Yassi. Es ist noch nicht. Es müssen noch zwei annehmen. Es muss noch eine annehmen. Force touch on Android using barometer. Was labern? Oh, es wird nicht mehr gegoogled. Die Google-Zeit ist vorbei. Jetzt geht meine Google-Zeit erst richtig los. Okay, okay, I understand. I understand.